Moins ein paar Morillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Rapsplay. So, der Ritzenbabo ist mit mir am Start und wir zocken Handgem- Alter, ich hab 1000 Stahl, warum? Vom Singleplayer, glaub ich nur. Ich glaub, das ist alles vom Singleplayer. Aber du kannst halt hier diese Dings halt immer machen, ne? What? Die Tagesmission. Achso, ja. Ja, das bringt dir auch schon was. So, ach du Scheiße, ich kann das gar nicht mehr. Wer nehme ich denn? Erstmal, erst mal, die gehen anfangen mit nem Shuguki oder sollen wir... Ja, wir fangen mal mit nem Shuguki an. Du spielst den Orochi oder Orochi? Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Orochi? Orochi klingt nicht so japanisch, oder? Orochi? Ich denke auch, ich denke auch Orochi. Orochi. Aber das schreiben die nicht mit SH? Wie Shuguki? Orochi? Orochi? Keine Ahnung. Guck mal, der Kensei könnte ja auch schon wieder interessant werden. Stufe 12. Alter, Kensei geht mir so auf die Eier, ey. Wir haben ja auch... Es ist der Nervigste momentan. Und Barbar... Äh, Berserker ist halt auch schon hart nervig. Oh man, das kann ja immer wieder ein geben. So, erste Runde heute. Erstmal wieder warm spielen. Der wird mich direkt mal quieseln, der Toni, ne? Ja, oh, da rennt er mir direkt hinterher. Und schubs mich ins... ins Gebüsch, Alter. Alter, ist der so schnell? Ich bin schon tot. Oh, was? Echt? Ja, Mann. Ich hoffe, der spielt wenigstens. Ah, gut, da kann ich nicht viel machen. Da muss er ausweichen. Ach, Schatz. Uiuiui, Alter. Das war auch nix. Nee, bei mir... Ich wollte eigentlich mal einen Counterangliff machen. Aber... Ja, ich war noch schlechter. Aber egal, die ersten zwei Runden verkack ich immer hardcore. Okay. Aber egal, das tut gleich schon wieder. So, wer ist denn das hier? Komm, sprudel, du Scheiße. Alter, ich komm gar nicht zum Blocken. Ja, das ist mies, gell? Ja, aber warum? Ich hab jedes Mal in die Richtung gedrückt, ey, und dann ging's nicht. Merkwürdig. Okay, ich bin tot. Komisch, komisch. Kenji's way. Ja, manchmal, manchmal ist... Wenn der so schnell zuschlägt, dann hast du fast gar keine Chance beim Berserker. Okay, jetzt muss ich mich mal ein bisschen anstrengen, komm. Ich weiß, meine Kombos gar nicht mehr. Alter, ich bin fast down. Der hat eine Combo gemacht. Ja, ja, eben. Ich bin tot. Warum tut das nicht? Alter, das war eine Combo. Ich war direkt tot. Die Setzwerkverbindung wird hergestellt. Okay. Einer ist rausgeflogen. Aber egal, die haben jetzt eh gewonnen. Ja. Mies, mies. Heiliger Crack-Chunk, ey. Was ging denn hier ab? Ich muss erstmal wieder reinkommen, ey. So. Einmal haben wir uns schön quieseln lassen. Aber egal. Die nächste Runde, die wird einfach der Wahnsinn werden. Wir werden sowas von krass gewinnen. Guck mal hier. Zai-Moku-Knauf. Mehr Wurfdistanz. Auch geil. Nehmen wir doch mal. Ähm. Gehen wir mal raus. Mission abbrechen. Es hängt. Hängt es bei dir auch? Ja, ich bin rausgeflogen aus der Gruppe. Warum? Du hast die Gruppe verlassen. Ich weiß es nicht. Bei mir hing es einfach. Ich lade, ich habe mich wieder eingeladen. Jo. Ja, dann nochmal, oder? Nachdem wir die erste Runde so hart auf die Fresse gekriegt haben, suchen wir uns jetzt mal ernsthafte Gegner, wo ich mich dann nochmal anstrengen kann. Aha. Da war ja nichts, ey. Da habe ich den Controller beiseite gelegt und einfach mal gedacht. Ja, so ein Mitleidswind für den, ne? Ja, so nicht, Freundchen. Fehlende Spiele eins. So. Ey. Aber der war hardcore schnell, muss ich sagen, ey. Also ich habe auch gerade eben geschlafen. Ich habe heute Frühstück gehabt, habe nur drei Stunden gepennt, habe jetzt nochmal eine Stunde geschlafen. Und so zu meiner Verteidigung irgendwie. Aber ich kam echt nicht hinterher. Das sieht irgendwie aus wie eine Frau, Alter. Das ist auch eine Frau, ja. Vor allem in der Brustkorb, ne? Ja, stimmt. Ne, jetzt würde ich mal sagen. Ich habe ja jetzt nur irgendwie auf die Augen geguckt. Ach du Scheiße. Was ist das? Ein Kenzei und, äh, ein Dings. Oh, der ist um eins, ne? Hm. Oh, ho, 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 ho. Ab wann wird man das? Ab Level 20? Ab Level 20, ja. Oh, Alter, was ist denn hier los, ey? Und dann noch ein 14er hinterher. Der hat einen coolen Helm, der Wikinger, muss ich sagen. Die Hörner gehen so nach hinten. Irgendwie stylisch aus. Wie sonst gehen die immer so nach vorne oder zur Seite, aber nach hinten. Oh, Alter, der Typ sieht auch aus, ey. Ah, geile Hupe. Ich habe den einen mal umgequieselt, aber... Oh, boah, die gehen beide direkt auf den Fall. Ja, dann hilf mir mal. Alter. Oh, shit. Helf mir mal. Ich habe eingekillt. Ja, okay, wir machen fair, oder? Ja, 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 jetzt machen sie nicht mehr fair. Warum? Ich bewachte den Quiesel, Toni, hier. Du killst den Typ da hinten? Ich kann die nicht mal ablocken, die Schläge, Alter. Da musst du, ähm... Dings. Na, auswahl. Parieren, parieren. Ja. Doch, wer wiederbelebt auch jetzt. Hat sie nicht mehr alle. Aua. Alter. Und nochmal, oder? Junge, der hat sie nicht mehr alle, der Typ. Na ja, er macht... Pass auf, er block. Oh, sehr schön. Boom, gekockslappt, Alter. Der wollte ihn wiederbeleben. Okay, aber wenn die mit wiederbeleben machen, machen wir auch mit wiederbeleben. Wir halten das jetzt fürs Protokoll fest. Der wollte als erstes wiederbeleben. Keine ehrenhafte Kills hier. Keine... Ne. Das hier wird ein unehrenhaftes. Okay, ich hab den Quiseltoni jetzt. Ne, warte mal, der Kensei ist auch. Oh. Alter, er wird immer nur dasselbe machen. Ja, ja, ich komm hier nicht weg. Warte. Fick dich, Bitch. Ne. Alter. Das war aber krottisch. Ja, die gehen zu zweit, Alter. Könnte ich doch krottisch, ey. Ich glaub, die wollen schnell durch, so. Ach, schlache. Du blöde. Okay, komm, wir machen sie jetzt. Einfach drauf. Oh, oh. Nein, hab ich erwischt. Ey, keine Ausdauer mehr. Jetzt, ich pumse ihn so weg. Das ist mir so lax, ey. Einer weniger hier. Ja, ich hab... Komm, hauen, hauen um, hauen um. Ich hab keine Ausdauer mehr. Du musst machen. Oh. Oh, fuck. Sag mal kaputt. Ne, er hat mich. Egal. Ich hab ihn. Sehr schön. Junge, die wollen's aber wissen, ey. Ja, ja, wenn die Scheiße spielen, können wir das auch. Ja, ja, ich mach das immer so. Also, ich mach... Ich spiele immer ehrenhaft. Eins gegen eins. Und sobald die anfangen, wiederzubeleben oder, ähm, zu zweit auf einen drauf zu gehen, mach ich das auch. Aber für die Rest... Für den Rest des Fights dann. Okay, komm. So, ist eigentlich so. Gehen direkt wieder auf dich. Ja, ich bin bei dir. Oh. Der Rache schon? Werden da Rache? Ich hatte Rache. Hab ihn. So, wo ist der andere? Hau num! Tod, er ist tot, er ist tot. Ja, geil. So, was wir ja die erste Runde auf die Fresse gekriegt haben, läuft diese Runde besser, hä? Boah, sowas mag ich nicht ab, geil. Okay. Guck mal, was die für scheiß Ping hatten. GG. What's with the Ping? Die hatten echt scheiß Ping. Ja. Na gut. Da kann ich dann auch nichts für, ne? Nein. Das ist ja nicht unser Problem gewesen gerade so. Ja, das stimmt, Ritzenbabo. Ja, dann such mal mal andere Gegner. Ja. Aber wenn ich jetzt hier Mission abbrechen mit Gruppe beenden. Ich drücke A. Ah, es geht. In der Demo, äh, in der Demo sag ich schon. Im, äh, Dings ging's nämlich nicht. In der Beta. Da sind wir nämlich immer dann rausgeflogen, mussten neu einladen. Das fand ich echt nervig und anstrengend. Ja, man, aber krass noch gekriselt, die Penner, ey. Ja, die waren ja auch echt unfair. Ja, eben, das mag ich ja gerade noch überhaupt am wenigsten. Shuguki, sag ich dann nur. Shuguki. Ja, ist mies, echt. Shuguki, wenn der trifft, ne? Das batzt sich so weg. Mhm. Aber muss halt auch treffen. Sonst hast du ein Problem. Das verbraucht fast deine ganze Ausdauer, so ein hatter Schlag. Alter, zwei. Ey, der eine ist schon zwei. Zwei. Alter Schwede. Und Berserker auch noch. Der andere ist Hannes, das kann der nur. Ja, guck mal, dem seine Schulter backt durch sein Schild. Ja. Sieht aber blöd aus. Sein Anglerhut da hinten. Ah. Das kann ich mir fies vorstellen. Conqueror ist fies und, ähm. Ach du Scheiße. Boah, shit. Ich bin, ich bin tot, ich bin tot. Nein, er hat mich runtergeworfen. Alter. Obwohl ich auch X gedrückt hab. Obwohl ich auch X gedrückt hab. Ja, Alter, schon wieder so unfair, ey. Ach, was ist das? Okay, gut. Wir wissen Bescheid. Was geht denn mit ihm? So. Puh, Teufel. Komm, klein drauf. Oh, oh, oh. Pass auf, der wirft dich runter. Und, tschüss, tschüss. Jawohl, super, super, super. Oh, ich bin richtig aggressiv gerade. Was ist hier los, Mann? Haha. Okay. Okay. Runde 3. Ich bin tot. Er hat mich direkt runtergeschmissen. Ich wollte ihn rammen, aber es hat nicht funktioniert. Probier dich runterzuwerfen. Oh, das war's. Okay, 2-2-1 für sie. Ja, mit dem runterwerfen, das machen die, machen die schon ganz geschickt. Vor allem, ich wollte ihn rammen, aber bin irgendwie an ihm vorbeigelaufen, ohne dass ich ihn rammen konnte. Und dann konnte er mich direkt, ähm, also konnte er direkt die Verteidigung durchbrechen und dann... Oh, der, der hält aber aus, der Typ hier. Oh, was? Oh, was? Okay, er kann ausweichen. Ah ja. Komm, ich, komm, ich, komm, ich, komm. Jawohl, mach ihn, mach ihn, mach ihn, ich ramme ihn um. Und drauf. Kill ihn. Oh, alter. Yo. Übertreib. Okay, 2-2, Matchball. Jetzt wird hier ein Quiesel, ne. Das ist mir scheiße, das ist mir auch echt egal, ne. Dann spammen ich halt auch nur die beschissenen Kombis gegen die, die nichts machen können, wenn die Unfälle spielen, weißt du? Ja, das ist... Ah, ich hab den Berserker wieder hier. Jetzt verlieren wir wieder. Und tschüss. Okay, Berserker weg. Hörflieger. GG sagt der, Alter, unfairer Typ. Du gibst ihm noch einen mit, Alter, der fällt schon runter. Alter, und... Oh. Er kriegt trotzdem nur eins, ne. Sehr schön, Mann. Aber ich find das halt blöd, wenn die Leute so spielen, weil... Sobald der erste tot ist, hat der andere ja schon verloren, weißt du? Weil du bist vielleicht noch am Kämpfen und am Führen gegen den einen, aber wenn dann der zweite dazu kommt, was willst du dann groß machen? Und das, find ich halt, ist unfairer daran. Weil wenn, dann soll der andere halt die Chance haben, auch noch gegeneinander zu kämpfen. Wenn jeder halt seinen Kampf gewinnt, also quasi ich gewinne und der Gegner gewinnt auch, dann müssen wir noch gegeneinander antreten. Das, find ich halt, ist fair. Ja, aber so wie die gespielt haben, äh, da suchen wir uns direkt andere Gegner. Ja. Das find ich halt immer blöd. Gut, ähm, vielleicht nehm ich mal wen anders, lass ich mal überlegen. Hm. Hey, ich bleib erstmal beim, äh, Shugoki, bis wir, bis wir einen, äh, Kampf verlieren. Machen wir's so. Sollten wir verlieren, dann werd ich wechseln auf den Eroberer. Aber solange ich hier Winstreak machen kann, machen wir, behalten wir erstmal den Shugoki. So, oh, und Lawbringer und ein Conqueror, alter Friede. Das ist wieder der Hannes, der war gerade eben auch dabei. Ja, 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 ja. Also, dann können wir uns schon wieder fassen. Ja gut, er hat ja nicht invaded, ne, oder? Das war ja meistens der andere. Das war meistens der andere Typ. Ja. Well, Orochi, don't rape me too much. Aber Lawbringer ist auch sehr stark, ey, den muss ich auch nochmal spielen. Das sind eigentlich alle stark, ey, kannst ja gar nichts sagen. Ja, du musst halt mit denen umgehen können, ne? Ist aber dunkel hier, oder? Meine ich halt nur. Ach. Komm. Okay, den krieg ich ab. Alter. Lass mir hier geben. Ne, den hat er bekommen. Ja. Oh nein, er hat mich runtergestoßen. Ach, komm. Okay. Ja, der andere ist wieder da, alter. Ja, alles klar. Brennt er weg. Aber du kannst mich nicht wieder bewegen. Alter. Okay, ja, der andere, weißt du? Sorry for him. Ey, was sind denn das für... Vor allem die dann hier vor Honor gelernt, ey. Die kennen den Ehrenkodex nicht. Dann wird jetzt hart geküselt. Jetzt geht's ab. Ja, ja. Ich bin auf deiner Seite. Guck mal. Why not fight against him? I bragged up. Okay, ich hab meinen. Ist mir egal, wir ficken dir jetzt. Oh, sorry. Egal, den kriegst du auch so hin. Ich weiß nicht, ich schlag noch dich. Und du machst ihn alleine. Ja, ich war eh noch full life, also. Yeah. Hahaha. Yeah. So, ich hab wieder den Lawbringer. Ii, das war doch geblockt. Äh, nicht geblockt. Ah. Jetzt krieg ich einen rechten Schwinger. Was? Der hält aber aus, der Typ. Oh, ich hab ihn. Okay. Lass mich den mal hier alleine machen. Okay. Okay, das kann der blocken. Na, komm. Hahaha. Das war's. Hahaha. Ich muss mal in die Aktionsleiste noch mal gucken, ey. Dämonenkugel, das und RT. Okay, das müsste eigentlich der Homerun sein, weil den will ich die ganze Zeit machen. Ich drück, glaube ich, die ganze Zeit RB danach. Sieht aber neblig aus hier. Was du wolle. Alter. Ja, jetzt haut er ab. Achtung, er kommt zu dir. Er kommt zu dir. Ach. Er geht aber schon zurück. Aber er ist künkt tot, Mann. Er ist auch tot. Pass auf, hinter dir. Erstmal weg von ihm. Erstmal weg von ihm. Ah, keine Aushauung mehr. Können mich mal im Arsch legen, die Typen. Danke. Kämpf du gegen ihn. Ah, er will, dass du ihn runter wirfst. Ich will den Kill, Alter. Eifel. Eifel. Was soll denn das hier? Komische Matches mit dir hier, ey. Sind wir hier Holz-Elo wieder, oder was? Oh Mann, ey. Komische Matches, ey. So, kriege ich was? Oh, ne neue Maske. Rang 2. Ich hab auch zwei. Erschöpfungsregeneration. Debuff-Widerstand. Außer, ja. Erschöpfungsregeneration. Können wir mal anziehen. Ich hab meine ja jetzt nochmal getestet. Gut. Ähm. Suchen wir uns wieder neue Gegner. Welche, die ordentlich spielen. Ja. Ich möchte ja lieber auch ordentliche Matches haben. So ist es ja nicht. Ja. Aber jetzt können wir ja schon fast die These aufstellen. Da oben in den höheren Elos, oder in den höheren Rängen, sagen wir es mal so. Wird halt einfach scheiße gespielt, so, ne. Ja. Die These können wir aufstellen. Ob die sich dann auf Dauer hält, müssen wir mal gucken. Weil letztens, als wir mit Keyface gespielt haben, da waren die eigentlich, also zu 99 Prozent, waren das echt, ähm, faire Spieler. Ich glaub, ein Team hatten wir dabei, die haben scheiße gespielt dann auch. Aber so, der Rest war eigentlich ganz okay. Aber jetzt hier, schon wieder Graf Hades von eben. Ja. Aber der Flayboy Magazine ist jemand anders. Guck mal, er hat so ein F da drauf. Cool. Von Hades, das sieht auch cool aus, ne, eigentlich. Mit diesem X. Feiß in der Mitte. Ich hab einfach Deutschland-Symbol. Runde 1. Ach, da ist die hier, okay. Jetzt wieder so in der Morgendämmerung hier. Ja. Jawoll. Was hast du denn jetzt? Oh, der kommt von oben, den kann ich noch blocken. Nein, Mann. Oh, ich hatte keine Ausdauer und er hat mich nicht mehr gelassen, ey. Ich konnte nichts machen. Pass auf, er kommt schon angewandt. Ich weiß aber nicht, ob er was macht. Ja. Das weiß ich auch nicht. Er sieht nicht danach aus und wäre schon da. Alter. Oh, 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 oh. Jawoll. Oh, wer ist denn das? Orochi? Aber ich hätte ihm eigentlich schon gut Damage gegeben. Ja. Alter, was geht mit ihm? Yo. Yo, was? Alter. Er sieht nicht gut. Boah, das war ein bisschen zu schnell für mich gerade, aber okay. Es ist machbar, aber es hat mich gerade ein bisschen überfordert. Gut. Ja, jetzt weißt du, was ich gerade... Er hat ein gutes Match mit ihm. Es macht Spaß, also... Okay. Oh, Alter. Okay, er macht mit Finte. Ich... Ja, ich konnte nichts machen, Mann. Nichts. Alter. Ey, was? Er weicht ja jedem Scheiß aus. One Combo. Ja, ja, bei mir. Er hat nur eine Combo gemacht, Alter, aber ich konnte nichts machen. Okay. Also, der Orochi ist ein bisschen zu schnell für mich. Der andere ging. Den hab ich ja gequieselt. Jetzt soll ich mir erst mal Orochi, ey. Ja, dann bin ich mal gespannt, wer der Bessere von euch ist. Ja, was? Okay, der ist halt gesessen. Erst mal Ausdauer, 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 Ausdauer. Alter, wie schnell. Er ist echt schnell. Gesessen. Ja. Keine Ausdauer. Ich muss mich ausweichen. Keine Ausdauer. So, ich schnapp ihn mir. Okay, er müsste tot sein. Alter, fuck. Pass auf. Nein. Was? Oh, fuck. Okay, ich bin tot. Nein, Alter, die haben uns 3-0 gemacht. Gegen die will ich noch mal. Die sind echt stark. Lass direkt mal Rematch machen, wenn die wollen. Mhm. Also, ich spiele lieber gegen Gegner, die ehrenvoll kämpfen und gewinnen. Naja. Als, ähm, ja. Okay. So, drücken wir uns mal hier durch. Nächstes Match. Bereit. Okay, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin in Form. Ich bin bereit. Ja, ganz enorm. Du bist halt direkt schon auf bereit. Du musst auch auf bereit drücken. Nächstes Match schon bereit. Okay, ähm, ich werde mal, ich probiere noch einmal Shugoki gegen die. Und danach werde ich vielleicht auf, ich weiß nicht, auf wen ich wechseln soll. Entweder auf den Lawbringer oder auf die Walküre oder auf... Irgendwas hast du vorhin gesagt, was du machen würdest. Ähm, der Conqueror. Eigentlich ist Conqueror immer mein Main gewesen, bis ich jetzt den Shugoki gespielt habe. Der halt richtig Bock macht, weil er so fett ist und einfach draufhaut. Ich war ja immer gegen die Japaner, aber der ist schon cool, muss ich sagen. Aber mal gucken. Lawbringer ist halt auch so eine Nummer für sich. Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Alter! Ich konnte das nicht dodgen. Sein Müll. Er hat mich runtergeschmissen. Ich verstehe auch nicht, warum ich diesen anderen Move gar nicht blocken kann, ey. Wenn er so nach hinten und dann schnell nach vorne kommt wieder, ne. Obwohl, äh, ist ja klar von wo der Schlag kommt. Er kommt halt immer über rechts von ihm aus. Alter. Ey. Warum kann er mich unterbrechen? Ich bin schon tot, der Perfect, Alter Wie geht denn das? Ich hab normalerweise Oh, du bist auch tot Ich hab normalerweise Kann man meinen ersten Schlag nicht unterbrechen Also ich kann quasi Einen Schlag einstecken, ohne dass ich Ohne dass ich aufhöre Meine Animation zu machen, aber bei ihm irgendwie nicht Keine Ahnung Entschuldigung, ich hab's übersehen Das kann natürlich auch sein Hopp, und tot Das check ich aber auch nicht Der kann ihn ein bisschen besser als ich Komm, Alter, er fällt nicht runter Jetzt aber Ah, nee, gegen den packe ich nicht Ja, jetzt war aber ein Lag, Alter Was war das denn? Jetzt kommt rechts Oben, ja Das geht zack, zack Bin ich direkt tot Alter, schon verloren, ey Nochmal Jetzt nehme ich wen anders Ach komm Ja, wenn die so gut sind, müssen wir auch gut werden Das sind unsere Mentoren, das sind unsere Mentoren jetzt Achso Ich hab irgendwas bekommen Schadensabwehr beim Blocken Ja Machen wir das mal rein So, ich bin bereit Kriegsressourcen nutzen Ich nutz mal Oh, geht gar nicht, schade So, ich probier mal Ähm Wen nehmen wir denn? Conqueror Starke Verteidigung Schlägt hart zu Mal gucken Wenn's mit dem Shogoki nicht klappt Nehmen wir halt den mal Haben wir hier Auktionsleiste Geht mir nochmal Schildschlag A und X Schildschlagabwechslung RT Und X Oh, die Map wieder Jo, er spießt mich auf, Alter Was geht denn mit ihm? Okay, meiner ist tot Das sieht doch gut aus, du bist am Führen Boah, ey, das hat's geleckt, ohne Scheiß Ich hab den, der kam, der war auf einmal da Ja, das hatte ich eben auch mal Alter, das war geil, was hat dir das denn gemacht? Nein Na, das ist ein Konterangriff Au Alter Oh Loll Hä? Ich wollte gerade noch sein Schild durchbrechen Okay, guck mal, er schreibt auch There were no windows where I could have countered that Ähm, aber ich hab mich jetzt Ich bin jetzt gerade überrascht gewesen Oh Äh, selber schuld Ist das lustig? Oh Schaffst du ihn? Oh, das sind die Glockenschläge bei mir Ey, ohne Scheiß Das sind echt Glockenschläge Oh Oh, oh, pass auf, er wirft dich gleich runter Er wirft dich gleich runter Ah, sehr schön, Alter Dieser Move, ne, hast du mich hin Ich hasse das noch Der Kollege spielt ja auch immer den Charakter An je, an je Das ist hartes Teabagging, Alter Ja, richtig Ja, er spießt mich auf Jetzt reicht's mir aber mal Alter Für Flieger Oh, den konnte ich nicht blocken Okay Alter Alter, oh Alter, ich konnte nichts machen, Mann Ja, das war einfach wieder so krasse Legs gerade Ohne Scheiß Wie kann ich denn hier schreiben überhaupt? Auf T Achso Okay Okay, Ausdauer bitte Auf was? Auf T T wie Type Oder Tipp Nein, kann ich, kann ich Alter Ich hab schon wieder keine Ausdauer mehr Geh mal weg von mir, Typ Ah Okay Den haben wir Ja, er greift mich direkt an, damit ich nicht dingsen kann Okay Ich hab ein Problem Ach, scheiß drauf Jetzt hab ich ihn wieder an Nein Oh, da kam was, da kam was Böses, ey Das ist lustig Oh, neues Schild Also siehst du, guck mal hier, mit dem Conqueror hat's geklappt Rache plus durch Verletzung Minus Angriff im Rachezustand Okay Ja, das Rache plus durch Verletzung ist aber höher Ja, komm Nochmal Ah, naja, die sind Einer ist raus Bevor wir jetzt da einen Bot reinbekommen Äh Ja, warte mal Ja, ich beende mal die Folge hier an der Stelle Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann Und gebt mir doch einen Daumen nach oben, wenn's euch gefallen hat Bis dahin, stay pam, tschüss Anzug Bitte markiere meine Feinde Denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar Denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nix verpasst Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch Trete, schick den Kommentar Denn das heilt und es spart Leben Für mehr Energie, müsst ihr nur Daumen hoch Drückend, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen Ach du Scheiße, ich habe Verbindungspro... Bitte Ihr könnt euch auf der baat in den Arsch Und dann schick den Kanal Kann paar pour